Xabi Alonso zur defensiven Bayer-Spielweise, es war hart. Bayer 04 Leverkusen hat sich einen Modul in München erarbeitet und eine gute Serie erhalten. Dennoch riss selbige Werkself mit ihrer Verdienst keine Bäume aus, welches Xabi Alonso zu betonen wusste. Mit aufrecht eines Tages drei Torschüssen, den doch 31% Ballbesitz, einer niedrigeren Zweikampfquote und den doch 322 gespielten Pässen nebst einer Kontingent von 74% hatte Bayer 04 Leverkusen dasjenige Kunststück vollbracht. Zum Vergleich, der Rekordmeister schloss 18 Mal ab und spielte 714 Pässen nebst einer Kontingent von 90%. Ein 1 zu 1 bei dem FC Bayern zu erreichen. Auffällig dabei, die Werkself hatte in dem der Spielzeit zumeist sehr zutiefst echt und war davor auf konzentrierte Abwehrarbeit bedacht. Wir haben uns vergangenes Jahr besagten Sachverhalt erarbeitet. Warum? Das erklärte Cheftrainer Xabi Alonso in dem Knotenpunkt an dem Wir haben in diesem Fall in der Allianz Arena diese und jene Spielweise gebracht. Der Anstoß seiner Blick nach, der FC Bayern ist in sehr guter Form. Normalerweise spielen wir nicht so, aber durch den Modul sehen wir, dass es okay war. Der Spanier mache sich deswegen keine Sorgen, dass wir ein Offensivproblem haben. Wir hatten bis zum heutigen Tag ein paar Defensivprobleme, dasjenige haben wir heute 1a gemacht. Und in der Tat? Nach neun Gegentreffern in den ersten vier Partien hatte der Vorarbeiter jenes Zeichen denn doch ein Fernschuss gegen Tor durch Alexander Pavlovic zugelassen und so zu dem vierten Zeichen in Hervorbringung keine Bundesliga-Kapitulation gegen den FCB kassiert. Genau als Folge dessen zeigte sich der frühere Bayern-Profi selbst angetan von dem Resultat, und selbst davon, dass der die das ihm gehörende Schützlinge Widerstände erfolgreich abgewehrt hatten. Strecke um ein Glücksspiel gegen selbige Münchner aktuell einer Mammutaufgabe gleichkomme, letztes Jahr hatten wir in diesem Fall selbst ein Unentschieden, aber heute war es sehr hart. Man muss gegen Bayern in dieser Saison beherrscht sein. Die ganze Mannschaft macht Druck. Man muss große Beute bringen. Strecke in diesem Fall Disziplin und taktische Zusammenhalt gesehen zu haben, Mache Shabby Alonso.